80 Kilometer südlich von Wien in dem pittoresken Städtchen Ternitz lebt einer der größten, gegenwärtigen und gefragtesten Maler Robert Hammerstiel, gefragt von den größten Galeristen und Sammlern Europas. Im Wiener Leopold Museum sind seine Werke neben Gustav Klimt, Oskar Kokoschka und Egon Schiele ausgestellt. Der Künstler ist im östlichen Banat in Verschitz geboren, in der Stadt, die seine Kunst beeinflusst und die er nach seinen Erfolgen nie vergessen hat. Als er erfuhr, dass ich aus der Wolvodina Osnovisat komme und mich in Wien aufhalte, hat er mich in seiner liebenswürdigen Art in sein Atelier eingeladen. Robert Hammerstiel ist am 18. Februar 1933 in dem Vielvölkerstädtchen Verschitz in der Alexinastraße geboren. Dort, wo das serbische Viertel an das Ungarische angrenzt, etwas nördlich vom Roma und südlich vom serbischen Viertel. Ich bin dreisprachig aufgewachsen. Von der Geburt an habe ich Deutsch gelernt, Serbisch und Ungarisch. Weil das serbische Viertel hat aufgehört, dort, wo wir am Eckhaus gewohnt haben, in der Alexinaulica, in Würschatz, Syrpskistran. Und dann hat das Ungarische begonnen. Der Ungarische war ein kleines Viertel. Das war unmittelbar vor der Balata. Und zwar, und dort war dann das Zigeunerviertel auch. Und ich war mit dem Fernsehen unten in Verschitz und da haben wir gefilmt am Markt. Und ich habe mit dem Ding servisch gesprochen, mit dem Verkäufer, das war Zigeuner. Und dann habe ich ein paar Worte zigeunerisch mit ihm gesprochen. Na, der hat sich gefreut. Es sind verschiedene Sitten, verschiedene Nationalitäten und verschiedene Art von Bewegungen bei den Nationalitäten. Und das hat mich geprägt. Haben Sie mich verstanden? Er selbst ist in einer ethnisch gemischten Familie aufgewachsen. Die Großmutter väterlicherseits war eine Serbin aus Drnisch, der Großvater mütterlicherseits ein rumänischer Jude. Mein Vater war Ikonenmaler und Bäcker. In Belgrad hat er bei einem Ikonenmaler, hat er Ikonen gelernt malen. Da gibt es ein Bild, da ist nämlich die Großmutter im Geschäft und sitzt vorn und hinter ihr ist das Brot aufgeschlichtet und oben die Ikonen zum Trocknen. Und sie sagt zu mir, äh, draußen sitzt die Nenni, geh raus und nimm den Stanitzel und gib ihr das. Und vergiss nicht, vergiss nicht zu sagen, äh, kiss die Hand, Nenni, Kasi Chocolom Nenni, jubim Ruche, äh, 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 secker. Diese Verschützer-Vielfarbigkeit hatte einen so großen Einfluss auf ihn, dass, als er zur Jahrhundertwende in der New Yorker National Gallery ausstellte, zu den verblüfften Journalisten äußerte, dass ihm die Stadt deshalb so gefällt, weil sie ihn an Verschützer erinnert. Die Menschen dort sprechen in verschiedenen Sprachen, haben verschiedene Essgewohnheiten, beten in verschiedenen Kirchen und können trotzdem zusammenleben. Noch Anfang des 20. Jahrhunderts hat sich somit das in Wehrschütz bewährt, worum sich Europa und die USA heute noch bemühen, erklärte er. Die amerikanische Tradition in den Wohnungen und die Haltung vor ihnen hat etwas Wehrschützerisches, tut mir leid. Da sind viele ausgewandert nach Amerika, aus dem ehemaligen österreichischen Landen da. Und umfolgedessen war ich, wie zuhause habe ich mich gefühlt in New York. Und gerade aus dieser Stadt hat man Ende des Krieges 1944 den noch nicht zwölf Jahre alten Robert mit seiner Mutter und dem kleinen Bruder in das Konzentrationslager nach Sitschidorf, später nach Mollidorf und nach Gakowo interniert, wo tausende Donauschwaben ums Leben gekommen sind. Auch viele Schulkameraden, unter ihnen sein bester Freund Mischi, der auch ständig auf seinen Bildern erscheint. Ich war drei Jahre in einem KZ und habe Malaria gehabt dort. Und meine Freunde sind viele gestorben, Schulfreund. Mein bester Schulfreund, der ist gestorben dort in der Nähe von Petschgereg, Großpetschgereg, in Rudolfsgnad. Da. Es ist so knallig und Ding, aber es ist eine ungeheilige Tragödie. Der Pupp, der Freund, der Freund, der ist tot. Was er als Kind erlebt hat, die grausamen Tragödien, kam später in seinen Meisterwerken zum Vorschein. Die Vertreibung, das war im Oktober mit dem Weintraum, mit der Maische, mit den Reingefahrenen, die haben sie runtergenommen, haben sie sie erschossen auf der Straße. Es waren nur Bauern, es waren überhaupt nicht politisch. Deutsche Bauern, das war ja die Trelaufergasse, war ja im deutschen Viertel. Aber es war nicht so das Glauben, dass die Serben das so wollten. Die Leute wollten das ja nicht so haben. Weil wir haben gut geklebt mit allen, mit und was ist dann passiert. Hitler zei diese Blöde, nicht? Aber ich war ja ein Kind, 44, naja, ich war noch gar nicht zwölf, sind wir interniert worden, ins KZ gekommen. Drei Jahre später, 1947, gelimmt ihm die Flucht über die grüne Grenze nach Ungarn, später nach Österreich. Zuerst fand er Arbeit in einer Bäckerei, später in einem Stahlwerk in Ternitz. Mittlerweile begann er zu malen. Zuerst nur so, wie er es bei seinem Vater, dem Ikonenmaler, gelernt hatte. Um sich die verschiedenen Mal- und Kompositionstechniken anzueignen, nahm er ein Studium an der Kunsthochschule in Wien auf. 1974, bei einer Kunstausstellung in Berlin, hat die Frau des damaligen Bundeskanzlers, Helmut Schmidt, sein Talent entdeckt. Daraufhin erhielt er laufend neue Aufträge. Ende der 80er Jahre erlitt er leider einen Unfall im Stahlwerk mit starken Verbrennungen und konnte daraufhin mittels einflussreicher Freunde in Rente versetzt werden. Jetzt widmete er sein ganzes Leben der Kunst. 1987 wurde er von der österreichischen Kunstakademie ehrenhalber zum Professor ernannt. Und nun stand nichts mehr im Wege, seine Bilder weltweit auszustellen. In New York kam der Erfolg, als er um die Jahrhundertwende an der National Gallery gelandet war. Dort hat er auch die Pop-Art kennengelernt, deren klare, leuchtende Farben und ihre perfekte Komposition. Und da war gerade eine Ausstellung der Pop-Art. Zum Direktor, als er hörst, da habe ich gesagt, die Farbe ist so extrem knallig und farbig. Und das hat er dann im Direktor gesprochen, englisch mit ihm war ja kein Deutsch, der Direktor. Und da hat er gesagt, ja das ist klar, Europa hat 7000 Jahre nur gemalt. Und jede Zeitepoche hat anders gemalt und hat es drauf gemalt. Und da wird es ausgelöscht, diese ganze Klarheit, die Farblichkeit und so. Und wir haben halt in Amerika sehr viele weiße Flecken gehabt noch. Und diese weißen Flecken sind sehr leicht und da kann man knallig malen drauf. Und ich habe ihm gesagt, sage ihm, ich komme auch aus einem weißen Fleck. Ja, wer kennt schon Banat? Wer kennt schon die Voivodina? Und ich habe gesagt, ja, ich kann mir es auch leisten, die weißen Flecken zu bemalen. Und dann habe ich begonnen und er war dann so begeistert, wie ich da so farbig geworden bin. Nun dominieren die starken Farben auch auf den Bildern aus der Voivodina, dem Banat und seinem geliebten Verschitz. Ich war das erste Mal erst im 70er Jahr in Verschitz. Wir sind in unser Viertel gekommen und da hat ein Mädchen mitten auf der Straße gespielt. Mit so Puppeln und so Dingen. Wir haben ja selber verlehmt, haben wir ja Wegen gemacht und Tiere und alles gemacht. Die hat mit sowas gespielt. Und das Mädchen, das Mädchen. Und wie war nach so vielen Jahren Ihr Erlebnis dann? Wie haben Sie das erlebt? Weil ich mit ihrer Mutter gespielt habe. Die, was da gespielt hat, das Mädchen. Mit ihrer Mutter habe ich das gespielt dort. Das war für mich so dramatisch. Nicht? Wir müssen zurückhalten, sonst hätte ich weinen müssen. Und zwar, aber es hat eine ungeheuerliche Größe, die Bevölkerung. Alle! Das hängt damit zusammen, dass sie zu tun haben. Die haben eine ganz andere Mentalität, aber sie versuchen das mit ihrer und mit ihnen zusammenzuhalten. Nicht? Das Thema des Exodus ist bereits in der neuen Technik gemalt. Ein weiteres Bild zeigt seine Flucht und die Menschen, die ihn dabei geschützt haben. Schauen Sie, die schauen uns an wie ihre eigenen Kinder. Haben Sie mich verstanden? Natürlich. Hier. Und das ist das Bild, nicht? Und wir kommen gerade an. Aber wir haben Glück gehabt. Wir haben immer einen Schutzengel gehabt. So. In der Fantasie, nicht? Robert Hammerstiel, dessen Werke in den bekanntesten europäischen und nordamerikanischen Museen und Galerien hängen, schenkte mehr als 60 Bilder an das Wojvodener Museum in Novi Sad, Neusatz. Und mehr als 30 Bilder an das Städtische Museum in Verschitz. Als ich bei ihm war, hat er gerade seine Werke für eine Ausstellung im Donausschwäbischen Zentralmuseum in Ulm ausgewählt. Ich fragte ihn, ob das harmonische und verständnisvolle Zusammenleben, das er aus seiner Kindheit in Erinnerung hatte, wieder entstehen kann und ob dabei die Kunst helfen könnte. Die Haltungen, diese Direktheit, diese Klarheit und die Dinge von den Leuten. Schauen Sie sich das an, was das für eine Klarheit ist. Und wenn man den anderen vorlebt und die leben auch so, dann geht's. Es ist gegangen, es ist gut gegangen. Es war nie zwischen den Nationen so ein Ding wie jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg. Über den großen Menschen und Künstler Robert Hammerstiel sagte ein bekannter Londoner Kritiker, dass er ein würdiger Nachfolger von Munch oder Mathis sei. Er hat mit seiner Kunst, seinem geliebten Verschitz und der Wojvodener ein Denkmal in der Welt gesetzt. Musik 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 Musik